Oh nein! Badezimmer und Küche sind ein Chaos mit unansinnlichen Kalksteinflecken in der Badewanne, Seifenschaumresten in der Dusche, festgetrockneten Schmutz in den Fugen, eingebrannten Essensresten auf dem Herd und einer verschmutzten Toilette, die dringend einer Reinigung bedarf. Stark scheuernde chemische Substanzen riechen unangenehm und sind gefährlich und sich bücken, schrubben und putzen auf Händen und Knien kann schmerzhaft enden. Kein ganztägiges Schrubben mehr, ab jetzt wird schnell und einfach geputzt. Wir stellen vor Starlife Power Scrubber, die kompakte, schnurlose, leistungsstarke Reinigungsbürste, die schrubben, putzen und anstrengende Arbeiten erledigt. Sie ist der Putzteil in Ihrem Zuhause und erleichtert Ihnen das Leben erheblich. Starlife Power Scrubber ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der die Drehbürste bis 300 Umdrehungen pro Minute antreibt, während tausende flexible Borsten mit Leichtigkeit den Schmutz an schwer zugänglichen Stellen erfassen und so für funkelnden Glanz sorgen. Benutzen Sie das Gerät in der Dusche zur schnellen Reinigung der Duschwand von Seifenschaumresten. Kalksteinflecken und Rost werden beseitigt, die Vorrichtungen scheinen nagelneu und nichts dringt tiefer in Ecken und Ritzen von Kacheln und Fugen, um festsitzenden Schmutz und Schimmel zu beseitigen. Sogar Führungen von Glasschiebetüren werden schnell und einfach gereinigt. Durch Befestigung des ausziehbaren Stihls erreichen Sie schwer zugängliche Stellen, die kinderleicht und sehr schnell gereinigt werden. Und das ist nicht alles. Mit der Eckbürste können Ecken und schwer zu reinigende Bereiche geputzt werden, Schimmel wird aus Fugen beseitigt und man gelangt auch hinter Armaturen, sodass diese wieder blitzblank werden. Die flache Bürste dient zum Reinigen kleiner, ebener Flächen. Polieren Sie damit Ihre Granitarbeitsfläche, bis sie wieder glänzt. Reinigen Sie mühelos Ihre Mikrowelle und sogar Ihre Edelstahleinrichtungen. Sie erhalten alles. Die schnurlose Reinigungsbürste mit wiederaufladebarem Akku und Ladekabel, Mehrzweckbürste, Eckbürste und flache Bürste mit ausziehbarem Stiel. Starlife Power Scrubber bedeutet Putzen mit tragbarer Leistungsstärke in Ihrer Hand.